Wir alle kennen noch das Gefühl, wenn wir einen Manga lesen und lieben. Und das schönste ist dann, wenn unsere Lieblingsmanga eine Anime-Adaption bekommen. Und manchmal hauen uns diese Anime-Adaption komplett um. Mit guten Animationen, mit guten Soundtracks und mit gutem Storytelling. Aber manchmal werden unsere Lieblings-Anime zerstört. Durch schlechte Animationen, durch gerushte Stories oder durch CGI. Und deswegen stelle ich euch heute 5 Anime vor, die unbedingt ein Reboot oder ein Remake brauchen. Viel Spaß mit dem Video. Leute, ich lese jetzt Zeit der Solita-Manga. Und Junge, dieser Manga ist absolut heftig. Actionreich, emotional, krass und vor allem kreativ. Also echt jetzt, der Mangaka ist ein Biest. Für viele ist der Artstyle von Solita nicht gerade der beste. Aber ich liebe den Artstyle und ich habe noch nie so geniale Zeichnungen gesehen. Alles in diesem Manga ist ein Kunstwerk und die Kämpfe sind brachial. Vor kurzem gab es einen Kampf in diesem Manga und ich habe noch nie so einen guten, starken und kranken Fight gesehen. Und dann habe ich mal im Anime nachgeschaut, da ich unbedingt sehen wollte, wie dieser Kampf in Anime-Form umgesetzt wurde. Diesen Kampf gab es im Anime nicht. Ja. Und versteht mich nicht falsch, Solita ist als Manga und als Anime super. Aber der Anime geht ungefähr ab der Hälfte eine ganz andere Route. Dadurch wurden viele ikonische Szenen aus dem Manga im Anime ausgelassen. Und ich will unbedingt ein Reboot oder ein Remake. Ich will einen neuen Solita-Anime, der dieses Mal den Manga bis zum Ende verfolgt. Dann möchte ich auch unbedingt diesen besagten Kampf-Anime sehen. Ein Anime, der ebenfalls eine Neuauflage braucht, ist The Promised Neverland. Obwohl, lasst mich meinen Satz korrigieren. Die erste Staffel von The Promised Neverland kann so bleiben, wie sie ist. Die erste Staffel ist super, die Stimmung und die Atmosphäre ist düster, die Charaktere sind großartig und die Musik ist 1A. Sowas von genial. Aber die zweite Staffel... Also die zweite Staffel ist absoluter Müll und macht mich so traurig. Es ist einfach so sad zu sehen, wie solch ein großartiger Anime nach solch einer großartigen ersten Staffel in den Boden gestampft wird. Es tut einfach weh, wie diese Serie in den Dreck gezogen wurde. Während das Pacing in der ersten Season unglaublich gut war, wurde die zweite Staffel zu sehr gerusht. Es wurden ganze Kapitel und ich glaube sogar Bände übersprungen. Und das Ende war gefühlt eine PowerPoint-Präsentation. Die zweite Season hat uns mega enttäuscht und ich wünsche mir einen Remake. Wie gesagt, die erste Staffel kann so bleiben, aber alles danach soll bitte noch einmal neu gemacht werden. Cloverworks bitte, wiederholt das. Ich geb euch sogar Geld. Okay, das vielleicht nicht, ich bin pleite. Aber kommen wir zu einer anderen Story. Wisst ihr, was früher mein Lieblingsanime war? Tokyo Ghoul. Und ich weiß nicht warum. Ich war jung, ich habe viele neue Anime geschaut und ich fand Tokyo Ghoul übertrieben nice. Mittlerweile hat sich das Ganze geändert. Tokyo Ghoul habe ich schon fast vergessen. In einem Anime-Ranking wäre das Ganze sehr, sehr wahrscheinlich etwas weiter unten. Und mein Lieblingsanime ist jetzt Mario Academia. Der Anime ist also sowas von vom ersten Platz bei mir abgerutscht. Und ich glaube, das alles können wir der zweiten Season verdanken. Tokyo Ghoul Staffel 1 war krank, aber ab Staffel 2 wurde das Ganze sehr, sehr komisch. Und Staffel 3 habe ich gar nicht erst geschaut. Aber ich bin mir sicher, es war komplett... Scheiße! Der Manga hingegen soll ja unglaublich gut und genial sein. Ich habe den Manga leider nicht gelesen, ich habe es aber definitiv noch vor. Den Anime möchte ich mir aber nicht mehr geben, nicht bevor ein Reboot erscheint. Stellt euch mal vor, Tokyo Ghoul Reboot. Sorry für diesen schlechten Witz. Ein Anime, der mit mehreren Staffeln komplett abgekackt ist, ist 7 Deadly Sins. Auch hier heißt es wieder, super erste Staffel und auch die zweite war, glaube ich, ganz gut. Der Soundtrack ist episch, die Figuren sind verrückt und stark oder auch verrückt stark. Und die Animationen, holy shit. Alles ist gegeben, eine geile Story, eine geile Fantasywelt, heftige Musik und Fans lautet vom Feinsten. Wie könnte solch ein Anime mit solch einem heftigen Potential jemals abstumpfen? Ich habe echt keine Ahnung, wie sowas zu sowas werden konnte. Die Animationen ab der dritten Staffel sind einfach sowas von traurig und es ist einfach nur schade, wie 7 Deadly Sins zu 7 Deadly Frames geworden ist. Vor allem finde ich das deshalb so schade, weil 7 Deadly Sins gefühlt der einzige nicht-Isekai-Fantasy-Anime ist. Also ein Fantasy-Anime, aber ohne einen Hauptcharakter, der in diese Welt geportet wurde. Findet man sehr, sehr selten heutzutage. Deswegen würde ich mich richtig über ein Remake freuen. Stellt euch das mal vor, Melioras gegen Eskana mit guten Animationen und nicht so ein Shit. Aber ich glaube, selbst das werden wir nicht bekommen, denn, naja, es kommt anscheinend ein CGI 7 Deadly Sins Film raus, was einfach nur aussieht wie ein Videospiel. Kurze Anmerkung von Orhan aus dem Schnitt. Es kommt tatsächlich ein 7 Deadly Sins Videospiel raus und selbst das sieht tausendmal besser aus, als dieser CGI-Rotz. Wo wir beim Thema CGI sind. Der letzte Anime, über den wir in diesem Video sprechen, wurde durch CGI zerstört. Und ich glaube, ihr wisst alle, von welchem Anime ich rede. Und nein, es ist nicht X-Arm. Ich rede hier über Berserk. Der Manga ist übertrieben beliebt und die Serie ist ein Meisterwerk. Auch hier muss ich sagen, ich habe Berserk nicht gesehen und nicht gelesen. Aber ich habe mir vor kurzem den ersten Band geholt. 20 Euro? 20 Euro? Das ist fast so schlimm wie die aktuellen Spritpreise. Und die Zeichnungen im Berserk Manga sind krank. Die sind heftig und brutal. Aber jetzt stellt euch mal vor, solche heftigen und epischen Bilder in Anime vor. Oh nein, 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 warum? Ja, Berserk 2016 ist einfach eine Trauerfeier. Und ich habe keine Ahnung, wie man sich hier gedacht hat, das sei gut. Schaut euch das mal an. Das kann man ja nicht mal ernst nehmen. Es sieht nicht aus wie Berserk, sondern wie irgendein schlechter Kinder-Anime. Mega, mega sad, kompletter Müll und wir brauchen jetzt unbedingt einen Berserk-Reboot. Studio Mappa, kommt schon. Ihr schnappt euch eh schon jeden Anime. Bitte holt euch die Rechte oder so für ein Berserk-Anime. Nehmt euch Zeit, 5 oder 10 Jahre, keine Ahnung. Aber irgendeiner da draußen, gebt den Berserk-Fans unbedingt das, was sie schon seit Jahren wollen. Eine gute Anime-Adaption. Und das war's auch schon mit dem Video, Leute. Anime, die meiner Meinung nach echt ein Remake oder ein Reboot verdienen. Und deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, von welchem Anime würdet ihr gerne ein Remake-Reboot haben. Ihr könnt auch gerne mehrere Anime in die Kommentare schreiben. Bin mal echt gespannt. Vielleicht ist da auch Platz für ein zweites Video in dieser Art. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Vergesst nicht, was in die Kommentare zu schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao. Berserk-Anime. 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 Berserk-Anime.